Herzlich Willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal und wir sind jetzt schon bei Woche 9 angelangt und nicht vergessen, falls ihr mehr von diesen Videos sehen wollt, lasst auch gerne ein Abo da. So, wir sind bei Woche 9 angelangt, diesmal Folge der Schatzkarte von Mosti Maya. Man sieht drei Ecken bzw. ein Haus mit Bäumen, die wohin zeigen. Ich bin diesen Weg ganz entlang gegangen, bis ich es gefunden habe, diesen Schollstein bzw. gestern schon, weil ich ja die Sachen geleakt bekommen habe und deswegen bin ich zu diesem Schollstein Haus und ja, diesmal bin ich direkt hingeflogen dann und da war es dann auch schon, eigentlich ziemlich easy diesmal wieder. Ich hoffe es hat euch gefallen und ciao bis zum nächsten Mal.